In der Politik verkündige ich nicht das Evangelium. Durch die Politik baut man nicht die vollkommene Gesellschaft oder das Reich Gottes. Das sind immer die totalitären Ansätzen. Wer einen Gottesstaat will, der baut immer die Hölle. Das sehen wir gerade in der islamischen radikalen Bestrebung, das zu tun. Wo die Christen das in der Vergangenheit versucht haben, ist es genauso schief gegangen. Die Staatsreligion der Vergangenheit ist zum großen Teil auch der Grund dafür, dass der christliche Glaube heute unglaubwürdig ist. Denn wo man in die Politik geht, muss man auch immer Zwang gebrauchen. Gesetze werden gemacht und mit Zwang durchgesetzt. Und der Versuch in Europa, die Leute zu zwingen, Christen zu sein, das ist doch ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Das Evangelium verträgt keinen Zwang, sondern wir bitten an Christ die Stadt, so sagt Paulus. Wir bitten an Christ die Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott.